So, wir haben entdeckt in Lippen, in diesem Hotel Pellental, Pellental, wo Saunabereich, ein Bäumchen, sehen Sie, wie Apfelblätter, aber breitere, aber Beeren, wie Himbeeren, rot, es gibt schwarze noch, guck mal, es ist schwarze. Die schwarzen schmecken am besten, weil warum zeichne ich hier diese Filme, ich mache Filme, ah wegen, für ich.